Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde der Parrenvideos. Ja, das heutige Video wird ein sehr kurzes sein und ihr werdet auch gleich sehen warum. So, jetzt kommt es ein sehr kurzes sein und ein sehr kurzes sein und ein sehr kurzes sein und ein sehr kurzes sein. Und ja, ehrlich gesagt, was gibt es da noch großartig viel zu sagen? Also ich glaube nicht, dass ich das Messer allzu sehr misshandelt habe. Ja, ich habe Moras, Opinels teilweise noch schlimmer misshandelt und getestet. Und ja, ihr könnt auf Video sehen, falls ihr es nicht schon getan habt, dass diese Messer eigentlich alles aushalten. Von dem her, dass sogar, wenn sogar ein Mora durch Bleche, Holz etc. stechen, schneiden etc. kann. Und das ohne auch nur den kleinsten Ausbruch in der Klinge zu haben und das bei einem Scandi-Schliff. Dann ja, wie gesagt, bei diesem Messer, also beim Fieldcraft Mini, ist scheinbar in der Wärmebehandlung hart was schief gelaufen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und ja, eigentlich wollte ich das Video zu diesem Messer nicht so negativ gestalten. Ich hatte eigentlich große Hoffnung in dieses Messer. Das Design hat mir sehr gefallen. Ich habe es im leichten Gebrauch, also größtenteils bei Schneidaufgaben etc. Hatte ich schon, ich weiß nicht, mehr als ein halbes Jahr. Und ja, im Gebrauch oder irgendwie, es hat mir auch sehr gefallen. Ich hatte es als EDC-Messer, als Backup hin und wieder für eben die leichten Schneidaufgaben. Und er hat es auch sehr gut gemacht. Und ja, deswegen ist das Ergebnis jetzt umso enttäuschender, dass nach meinem allerersten Batonierversuch, das war wirklich der allererste Batonierversuch mit diesem Messer, dass das einfach so schnell und einfach schlapp macht. Aber ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das Allemannsmesser, obwohl ich es schon lange im Gebrauch gehabt habe, hat mich vor kurzem ebenfalls enttäuscht. Das gibt es natürlich in einem separaten Video. Also ja. Und das war es auch wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.